Das ist der Jackpot von der Firma Brughoff. Wischen auf schon. Da drin sind Peelicracker, rechts kleine Fontänen, die heißen Fountain, soweit ich sehen kann. Tricky, Golden Flower, Silver Flower, White Fountain, Green Star und das rechts werden sehr wahrscheinlich Knallerbsen, genau, Wunderkerzen sein. Preis und wo gekauft? In der Beschreibung. Einmal die Rückseite, 12, also alles schön, Cut 1, ganz legal und überhaupt und so wie so. Also jetzt so ausgepackt sieht man auch nochmal viel Pappe, nicht so viel Inhalt, aber trotzdem ganz ansprechend gemacht. Fangen wir an mit der Golden Flower. Dann kommt die Silver Flower. White Fountain. Green Star. Tricky, 30 Stück Knallerbsen. Die Peelicracker kamen leider so, offen und leer. Dann nochmal einzeln Pyromagic Star Fountain. Ja. 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 Und zweimal Stair, jeweils fünf Stück Wunderkerzen. Das war der Jackpot von Brughof.